hallo und jetzt willkommen zu einer folge von quaycraft lang lange ist es her aber jan und nuki sind dabei also sagt mal hi pittschiff hallo ich hab dich wohl umgebracht ich hab mich gar nicht gesehen ja ich kann von hinten heftig von hinten gepopelt hässlich hallo hässlich hallo ich find es voll verwirrend dass man seit neuestem gar nicht mehr auf du bist gestorben klicken muss sondern du bist einfach nur so rumgeleckt und dann denk ich immer einfach nur ich hab geleckt ich hab geleckt oh ich glaub ich bin jonas boi nein boi hab ich den wohl getötet wo bin ich denn überhaupt das geht nicht ha hilfe da kommt einer von oben ja das bin ich Hilfe kommt jemand von oben oh da das ist echt krass wir müssen sich demonstraten konzentraten nein oh Gott ha 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 ich wusste wo bin ich denn jetzt hier sind drei pirouetten hier durch die Gegend ha 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 oh mein Gott sterb wow what is actually happening the concentration is so real uh ha 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 ching 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 ich bin mal der schlechteste gerade ha 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 warum hast du eigentlich einen diamantblock auf den hab ich mir irgendwann mal geh aaah gekauft hässlich ching bin ich wohl hier drüber geschlafen hallo krass aufm ah oh ist vorbei was bin ich ich bin fünfter platz oh und jen 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 ja so zeig mal spielfahne auf ja so voll verloren so 100 zu 0 oder so was ne ching wird es gar nicht erst angezeigt oder was? ne wird gar nicht angezeigt hm ist ok wahrscheinlich weil alle das spiel verlassen haben und dann war das nur so hm ja ok wenn keiner weiter gespielt hat dann ist es wohl wurscht hier ist jetzt echt niemand Das geht mit Ash auf, ne. Das gete ich nicht. Ah, bei. Einmal ne sexy Pirouette gedreht, vorbei. Ja, bschinge. Oh, ich bin wieder voll und scheier. Hallo. Ja. Hä? Oh, das ist ja schade. Hä? Hallo. Tschüss. Ach so, der Server war voll. Hä, aber ich hab doch da auf Add Queue geglückt. Und dann sollte der doch alle reinholen, die in die Klinkern. Geglückt. Scheiß. Da hab ich doch drauf geglückt. Hier ist niemand. Ist echt so. Ich sehe hier keine Nudel. Wer hat mich da abgebrochen? Ich hör hier immer nur so... Oh, hallo. Bye, boy. Da oben ist ne Axt. Ich hab Rapid Fire bekommen. Oh mein Gott. Hilfe. Nein. Oh, bye. Oh mein Gott. Hilfe. Zu viele Feuer hier. Oh, fuck it. Bye. Da wurde ich wohl geshuttaunt. Shuttaunt. Gedownshutted. Mein Down wurde geshuttet. Ich wurde geshuttet vom downen. Bye. Das war ein ganz schöner Downer. Bye. Das mach ich jetzt. Nein. Ich kann nicht hier nur hoppla. Was ist das denn hier? Was ist denn mit den Titinhäftchen hier? Was ist denn mit den Titinhäftchen hier? Ich will, dass alle Ärsche wackeln. Ah, hab ich den wohl umgebracht? Hässlund. Oh mein Gott. Hässlich. Ich wäre dafür, dass es so einen Sound gibt, dass man weiß, dass man stirbt. Bläh, 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 bläh. Ach, alle schießen so so umeinander. Haaa. Was ist denn mit den Titinhäftchen hier? Ich will, dass alle Ärsche wackeln. Aha, hab ich den wohl umgebracht? Nein. Hässlund. 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 Fotze. Haha, hab ich mich wohl umgebracht. Oh, was bitte? Tschüss. Messie, boah. Mein Gott, da ist irgendein Teil. Keine Ahnung. Speedboost. Yeah, yeah. Die stehen da in der Mitte, das ist voll cool, aber ich finde die Mitte nie. Denkst du, warte, wo war das nochmal? Ein Rennschnur und Kass. Jeesss. Das ist jemand. Bleib stehen, schlitzschung dring. Jink. Oh, fuck. Boah. Jink. Ah, ich bleib wohl besser am Rand. Wo bin ich überhaupt? Das geht nicht. Jink. Tot. Ich check gar nicht, wo ich bin. Jink. Tot. Wuh. Spaß. Ich kann euch nicht mehr zugucken, das ist irgendwie auch doof. Das ist ja hässlich. Schieß. Ah. Hilfe. Jink. Oh, Rapid Fire. Rapid Fire. Oh, schade. Ich wollte... Zeit etwas im Internet zu surfen. Da wurde ich gedownshattet. Das ist ja schade. Speed. Speed. Wie kommt man da hoch? Ah, Speed. Oh. Ungleichweil tot. Gut. Gut geht das nicht. Hat sich voll gelohnt. Oh mein Gott, ich bin zweiter. Aber ich sehe keinen. Wo sind denn alle? Jink. Hilfe. Hilfe. Nein. Jin. Wir rennen wieder so eins. Oh. Fot. See. Ah. Hilfe. Zu viel. Too much here. Oh Gott, wir rennen so voll im Kreis umeinander. Jaaaas. Nee. Fine. Hilfe, wer ist das denn? Fotze. Haha. Oh mein Gott. Ich brauche nur noch einen Kill. Ah. Bleib stehen. Ich will dich umbringen. Awww. Ich wurde zweiter. Jitte. As, as. Okay, ein letzter Versuch noch. Bist du dabei? Bist du am Start? Ja. Ja. Nein, ich meinte eigentlich auch Jan, weil der es nicht reingeschaut hat. Was ist das hier für ein Haar? Da kann ich nicht arbeiten. This is not how I can work. Mhm. I've got to quit. Ach. Sching. Was? Ich kann doch schon wieder nicht rein. Hä? What the heck? Das ist aber schon wieder voll. Oh, das ist die coole Map, auf der man immer, auf der man immer campen kann und dann die Leute umbringen kann. Hihi. Hihi. Hilfe. Ich bin voll langsam gerade. Ich bin voll langsam gerade. Das geht so schlecht. Was ist das eigentlich eigentlich? Was ist denn mit den Titeln? Da ist einer. Meine Mutter, der weiß von mir, deswegen kann ich jetzt kurz das gerade noch machen. Scheiße. Ich wurde schon rumgebracht. Yeah. Ich verstecke mich wo mal in der Ecke und gebe die Leute von der Ecke tot. Das ist aber hässlich. Mach das nicht. Jinx. Oh, hi. Oh, du hässlern. Hallo. Oh, du hässlern. Jinx. Oh, ich mag die Map irgendwie nicht. Oh, hässlich muss. Nee, bye. Haha, boy. Jinx. Nein, 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 wir stehen jetzt in der Mitte. Ah, warum hast du, warum schießt du Äpfel? Keine Ahnung. Der eine so Double Pomme. Jinx. Oh, fuck. How dare you. Der stand da so in der Ecke und hat mich nur runtergeschossen. Ist irgendwie ugly. Oh, ich schießt Äpfel. Das ist echt nice. Hallo? Haha. 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 Tschüss. Haha. Habe ich die wohl hier gibt's? Haha. Nee. Oh, fuck. Jinx. 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 Oh. Hässlern. Jingle. Heff. Ich geh das nicht. Ich geh das nicht. Ich geh das nicht. Also dieser librilliant ist echt brilliant. Ich geh das nicht. Hallo? Ey, voll der Hacker. Der schießt hier alle nur so dead, was das Zeug hätt, ey. Das ist doch ne Kummer Street. Problemboy. Hab ich den wohl geshuttaunt. Ab woher? Er ist schon wieder abgeschossen. Schon wieder von diesen Lippen. Ich. Ja, der schießt einfach alle ab. Der denkt so, nö, bye, I don't care. Long hair don't care. Wer schießt? Huuuui. Oh. So sexy. Ich seh keinen. Wo sind alle? Wo ist der Typ? Ja, das zeigt uns auch. Yeah. Oh, geil. Sexy. Oh, der hat schon gewonnen. Der hässlich. So kann ich nicht arbeiten. Das ist die Folge vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Klack, 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 klack. Das ist ein cooles Spiel. Es gibt's auf dem Hypixel-Server. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke für Jan und Noki, dass ihr dabei wart. Und bis dahin, tschön mit Ö. Tschüss.